Wir befinden uns hier in der Halle der Meierwerf, wo AIDA COSMA fertiggestellt wird. Wir haben vor zwei Monaten bereits die Stahlarbeiten abgeschlossen und konnten jetzt auch schon mit der Außenbemalung anfangen. Das heißt, AIDA COSMA ist von außen, von der Bemalung her, fix und fertig und freut sich darauf, im Juni dann die Halle zu verlassen. Auch wenn man es noch nicht sehen kann, aber hinter uns entsteht ein neues Highlight von AIDA COSMA, unsere Boulderwand. Auf zwei verschiedenen Ebenen, einmal hier unten auf der unteren Ebene eine kleinere Boulderwand, dann kann man eine Stufe höher gehen und haben die größere Boulderwand. Darüber gibt es dann noch eine Hängebrücke, die das hintere Pooldeck mit dem Sportdeck verbindet. Und wenn man ganz rauf schaut, sieht man Deck 19 und von da oben hat man vom Ocean View einen 260-Grad-Blick über das hintere Schiff und über das Meer. Auf AIDA COSMA haben wir 21 verschiedene Kabinenkategorien. Hier befinden wir uns gerade auf Deck 12 und unsere Verandakabinen, kann ich hier gerade sehen, sind schon inspiziert. Wir haben insgesamt die drei Viertel aller Kabinen schon im Schiff eingebaut und die Hälfte aller Kabinen sind inspiziert. Hier befinden wir uns im Beach House Restaurant, das ist ein komplett neuer Bereich auf AIDA COSMA. Hier im Beach House Restaurant gibt es alles für die leichte Küche von Salaten, Wraps oder Seafood. Hier findet jeder was. In unserem Beach Club ist schon einiges passiert, wir sind schon relativ weit. Die Unterkonstruktion steht, der Boden ist schon vorbereitet, der Pool ist eingesetzt und die ersten Teak-Arbeiten finden statt. Für viele wirkt der Beach Club auf AIDA COSMA viel größer als auf AIDA Nova. Das liegt zum einen daran, dass wir die Brücke über dem Pool weggelassen haben und zum Zweiten natürlich im Moment, dass das Glasdach noch nicht drauf ist. Da wir sonst die Arbeitsfähigkeit der Kräne einschränken, deswegen werden wir das Dach direkt, nachdem das Schiff die Halle verlassen hat, draußen vor der Halle aufsetzen. Unsere Gäste kennen auf AIDA Nova das 4 Elements und anstelle des 4 Elements haben wir hier mit dem Ocean Deck ein neues Sonnendeck geschaffen. Das Besondere am Ocean Deck ist die Vielfalt und Kombination aller Highlights unserer AIDA Schiffe. Von Cara Vita Aura haben wir die Ocean Bar übernommen, von Diva Bella Luna die Poolstruktur mit dem terrassenförmigen Sonnendeck, von Prima Perla den Skywalk und von AIDA COSMA als neues Highlight haben wir den Infinity Pool mit eingebaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017